Heute ist ein historischer Tag. Man wird sich an ihn erinnern. Noch in vielen Jahren werden die Jungen voller Neugier fragen, was an diesem Tag war. Das ist ein historischer Tag und Sie haben daran Anteil. Vor rund 600 Jahren hat Casimir der Große, der sogenannte, den Juden, denen man überall sonst die Schuld an der Pest gegeben hatte, gesagt, sie könnten nach Krakau kommen. Und sie kamen. Sie trudelten mit ihren Habseligkeiten in der Stadt ein. Sie ließen sich nieder. Sie setzten sich fest. Sie gediehen. Als Händler, Wissenschaftler, Lehrer, Künstler. Sie kamen und sie hatten nichts. Nichts. Und sie blühten auf. 600 Jahre lang hat es ein jüdisches Krakau gegeben. Stellen Sie sich das mal vor. Ab heute Abend werden diese 600 Jahre nur noch ein Gerücht sein. Die hat es nie gegeben. Heute ist ein historischer Tag. Amin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020